Pitbull, 3 Kilo. I'm so sorry, I'm so sorry, it's not over. So extrem hab ich jetzt noch nicht gesehen, wenn ich jetzt hier gespielt habe. Ja, so ist das. Schön, gell? Ja. Wichtig ist halt ganz ruhig bleiben bei der Aktion, ganz kleine Ruderaufschläge, weil ich bin halt hier unten ja im Lee, dadurch hab ich hier unten keinen Luftwiderstand, gell?